Hallo Freunde, FreeClear von MagicBlocks.de. Wir haben ein Playbooster-Display von Modern Horizons 3, das machen wir auf. Und wenn ihr euch das beim LGS kauft, dann kriegt ihr eine Buyerbox-Promo und das ist ein Old Border Foil Flasterstorm. Mega, denn der kommt direkt ins Sideboard. Also im Legacy und im Modern, der ist ja jetzt dann Modern legal, geil. Der war schon Modern legal, da seht ihr mal wie wenig Modern ich gespielt habe. Okay, wir wollen natürlich Frösche, wir wollen Tamios, wir wollen Necrodominants, wir wollen fette Eldrasis. Ich bin wirklich gespannt, was wir aufmachen. Ich gehe über Cummins und Uncummins ein bisschen schneller drüber. Ich muss mir ja noch was überlegen mit meinen Hüllen. Das heißt, wir springen gleich zu den Uncummins. Servant, der Engel als neuen Modern. Okay, und wir haben zwei Rares, die Strix. Ich weiß nicht, ob der Counterspell gut ist, aber wir nehmen ihn mal mit. Und Devourer of Destiny, der ist glaube ich ganz cool. Und unsere Foil ist ein Copycrook, der neue Klon. Ja, wie sieht es aus? Habt ihr schon Format gespielt? Wie gefällt es euch? Ich habe jetzt schon ein bisschen Limited gezockt und das hat eigentlich echt Bock gemacht. Also das Set ist echt der Banger. Ich habe leider immer noch ein bisschen Angst, was es mit meinen Formaten macht. Ich finde die Duel Lands nebenbei supergeil. Shrieking Drake, den braucht keiner. Oh, Harbinger of the Sea. Der Magus of the Moon quasi für Islands. Sehr geil. Und wir haben Wing It als Foil. Und für jetzt den Germ. Die neue Witness, die ist cool. Äh, Sul Thailand finde ich gut, natürlich. Dann haben wir Hydra, ein Waste. Okay, den Monk. Priest of Titania ist jetzt im Modern, auch cool. Und ein Warren Soul Trader als Rare. Ja, das ist jetzt kein Fettschland, aber... Uh, und eine Foil Commander Karte. Omo Queen of Vesuva. Die ist super weird, oder? Die ist einfach nur ultra weird. Bin gespannt und die Länder sehen cool aus. Nochmal eine Witness. Das ist halt eine Common. Das ist einfach eine gute Magic-Karte. Eine gute Magic-Karte. Rouge. Und... Why would simby jetzt? Auch cool. Eldrassi Linebreaker. Da... Naja. Ist nicht der geilste Hit. Mit dem fangen wir wahrscheinlich nichts an. Umbra Creation of Amazing Meltdown im Old Frame. Obwohl es den schon im Old Frame gibt. Aber der ist cool. Nehme ich gerne. Und Branching Evolution. Der war jetzt erst im, äh, Fallout Commander Set. Oh, oder ein Fettschland. Flooded Strand. Sehr schön. Und eine Hydra Trainerin. Flooded Strand. Fettschlander kann man immer brauchen. Ich meine, ich habe zwar von allen ein Playset schon ewig, aber... Schadet nicht mehr zu haben. Und... Die sind auch was wert. Okay. Battle. Wir haben dahinter eine Old Border. Zumindest eine gute Limited-Karte. Sie war jetzt Reclamation. Super Commander-Karte. Oh, und ein Birthing Ritual. Eine Mythic. Da weiß ich nicht, ob sich das durchsetzt. Also ist zumindest eine Art Birthing Pod aber halt doch ultra gefixt. Und nochmal, die hat man schon in Non-Foil. Eine Devourer of Destiny. Cool. Cool, cool, cool. Gute Hits. Fettschland ist natürlich immer ein schöner Hit für so ein Produkt. Überhaupt, wenn so Sets Fettschlander, Schocklander drin haben. Das macht es einfach spielbarer. Den finde ich geil. Der kommt auf jeden Fall in Foil in meine Commander-Decks in. Der ist doch super geil. Ein Duoland ist einfach ein 6-5 für das Victimeise im Modern. Finde ich auch super stark. Sehr coole Karte. Und den Storm Removal. Auch eine weirde Karte. Oh, und voll tuned Narrative. Sieht schön aus. Sieht echt schön aus. Und noch ein Foil Mountain. Da weiß ich schon, wer den in die Hand gedrückt bekommt. Okay. Ein Wombat. Die zwei. Tamio meets the Story Circle. Den finde ich ganz cool. Okay. Das grüne Medaillon. Das braucht wahrscheinlich niemand. Ein Frog. Jawohl. Sehr geile Karte. Bin ich ultra gehypt. Und die Länder in Foil nehme ich gerne. Die sind, denke ich, einfach cool. MDFCs for Casual Blade. Einfach coole Länder. Da ist wieder der Simic. Da ist wieder der Simic. Dann Conjurer. Der ist neu in Modern. Glaube ich. Ziemlicher DUT. Und nochmal den Storm Removal. Und das neue Source to Blowshares. Okay. Das ist halt ein Limited Removal. Mit dem fängt man im Constructed wahrscheinlich nichts an. Okay. Jetzt bin ich schon zu weit. Warum sind denn da so wenig Cummins drin? Schauen wir gleich. Also wir haben ihn hier. Charitable Levy finde ich super starke Karte fürs Commander. Der Monk ist auch gut. Und wir haben eine Commander Karte. Eine Müffig. Ulalek. Das ist der Face Commander vom Eldrassi Deck. Sehr cool. Wir haben eine Priest of Titania. Die ist auch sehr cool. Und eine Necro Dominance in Old Border. Sehr geil. Die brauche ich auf jeden Fall. Mega geil. Kommt da rüber. Und noch eine Artkarte unterschrieben. Die behalte ich auch mal. Gibt ja Leute aus der Community, die sammeln sowas. Okay. Wieder wenig Cummins. Den fände ich im Limited super stark. Arjani Fels de Godshire. Nochmal ein Meltdown. Kann man auch brauchen. Und Ripples of Undeath. Quasi die neue Library. Oh. Und ein voll Sylvan Safekeeper. Das sieht echt schick aus mit dem alten Set Symbol, wo sie herkommen. Tun wir mal da rüber. Habt ihr euch schon Einzelkarten gekauft? Oder rübt ihr Produkte? Ich falle, falls euch... Wir haben ja auch Shorts. Jede Menge von Collector Displays. Oder Collector Boostern. Die Genesis, die finde ich auch cool. Den finde ich im Limited. Der Wayscape Battle Mage, der ist so gut. Ja, der Dragon ist halt Müll. Und Thief of Existence. Der ist doch auch eigentlich ganz geil. Zum den kann man rumspielen. Der neue Gravedigger, der sich nicht mehr lupen lässt. Als Foil kann man... Also Necro Dominance, schon mal ein guter Hit. In Old Border, die will ich auf jeden Fall... Der Charge ist halt auch gut. Okay. Ghostfire Slice. Osa's Cave. Sehr gut. Den kann ich hier rüber tun. Der Storm ist cool. Nochmal ein Dual Land und Barbarian Ring. Jetzt auch Modern legal. Und ein White Orchid Phantom. Das finde ich auch krass. Ob es vielleicht so Agrodex dann in Modern gibt. Und ein Vortex in Foil. Naja. Den finde ich hingegen eher nicht so geil. Nochmal ein Discharge. Das ist eben halt auch nur eine Common. Guardian of the Funggarten. Amulett. Ajani. Dann haben wir hier ein Land. Ein MDFC. Und nochmal ein Safekeeper. Sehr cool. Und ein Fetchland. Und auch gleich das Beste wahrscheinlich. Polluted Delta. Sehr geil. Nehmen wir Fetchlander. Immer her damit. Immer her damit. Der Path ist ziemlich stark. Weiß ich nicht, ob der sich vielleicht sogar im Constructor durchsetzt. Nesting Ground. Auch neuen Modern jetzt. Und Aethery Vault. Ja, mit dem kann man mich nicht abholen. Und die Cranial Realm ist leider schon direkt gebannt in dem Format, in dem sie gespielt wird. In Pauper. Okay. Consuming Corruption. Ah, cool. Unsere Preview-Karte. Eine davon. MDFC. Die kommen raus. Metiric Mace geht so. Und den Nantuko. Den finde ich auch eher so mittel. Familiar. Naja. Okay. Kein guter Booster. Come on. Tamios. Okay, Trawler. Cooles MDFC. Das ist Graveyard Hate noch drauf. Der ist Müll. Oh, und Cozy Leg. The Broken Reality. Den habe ich jetzt schon das zweite Mal aufgemacht. Das ist leider der schlechteste von der Eldrasi. Also den finde ich echt nicht gut. Oh, Deep Analyst ist ein Modern. Deep Analyst bin ich ein Riesenfreund davon. Geile Karte. Aber wir haben einen Eldrasi aufgemacht. Das will man ja im Eldrasi-Set eigentlich. Sind wir mal ehrlich. Ich hätte gerne einen Emrak-Cool aufgemacht. Okay. Bloodsorgt Insight. Und das ist eine Commander-Karte gewesen. Die Invocation. Und ein Fetchland. Bloodstained Mire. Sehr geil. Und ein Rumble als Foil. Und noch eine Foil Island. Die sieht auch schick aus. Das dritte Fetchland. Sehr schön. Serum Visionary auch. Eine super, super coole Karte im Limited. Das ist geil. Dieses Unsealing ist unser erstes leider bisher. Da bräuchte ich vier. Im DFC. Die mehr im DFC. Und Crick, Son of Yagmoth. Habe ich als Judge Foil noch rumliegen. Und Pearl Ear. Pearl Ear. Entschuldigung. Imperial Advisor. Ja. Coole Karte, oder? Oh, ein Foil im DFC. Das nehmen wir auch gerne mit. Und ein Foil Swamp nehmen wir natürlich auch. Also diese Länder finde ich wirklich cool. Überhaupt, alle Land Cycles in dem Set finde ich einfach cool. Muss ich gestehen. Oh, ein Prismatic Ending. Das ist jetzt leider nicht, leider nicht den Special Guest, den man haben will. Da will man eine Endurance haben oder eine Solitude und nicht die Kammen oder die Ankammen, was es war. Die jetzt dann müffig ist. Schade. Kein guter Hit. Buried Alive. Und Genku. Der ist leider auch Müll. Und den Emissary of Soulfire haben wir als Foil. Schade, schade. Wir hatten einen Special Guest drin, aber leider wahrscheinlich mit den schlechtesten, den man aufmachen kann. Zumindest ist es eine spielbare Karte. Aber in der, die gibt es leider als Old Border. Was heißt leider, die gibt es als Old Border. Meltdown nochmal. Und ein Nadu. Der ist cool. Den brauchen wir auf jeden Fall. Sehr starke Karte. Den Bounce. Als Foil. Okay. Unser erster Color. Weil das so eine gute Karte ist. Shadowspinner. Brain Surge. Auch eine gute Karte. Null Elemental Blast auch. Reform hingegen nicht. Und ein Flair. Das erste Flair, das wir aufmachen. Das ist das Rote. Buh. Und Decree of Justice, das jetzt ein Uncoming ist. Das ist auch völlig absurd. K-Titan. K-Titan. Sehr schön. Der Counter-Dude. Nochmal ein Cave. Die nehmen wir gern. Und eine Breyer als Reprint. Coole Commander Karte. Muss aber nicht zwingend ins Set. Und nochmal eine Commander Karte meiner Meinung nach. Mit der fängt man sonst auch nichts an im Constructed. Und eine Vollwitness. Und Cozylek als... Oder ist das Ulamok? Ich glaube, das ist Ulamok. Okay. Immer ein cooles Messenger. Wir haben Essence Reliquary. Naja. Altesor, warum auch immer der jetzt da drin ist. Oh, und ein Adjani. Ah, Adjani. Cooler Flipwalker. Sehr cool. Den nehmen wir gerne. Coole Karte. Und eine Foil Hydra. Nochmal ein Fetschland. Eine Foil Old Border Necro Dominance wird man nehmen. Wenn ich mir was aussuchen dürfte. Oder ein Nethergolf. Da habe ich noch gar keinen. Okay. Legion's Leadership. One Power Stone. Auch cool. Und Six. Da weiß ich nicht, wo man den spielen soll. Und die Ironworks als Foil. Ist jetzt auch kein guter Hit. Okay. Annihilator. Eldrassi. Cool First Limited. Nochmal ein Deep Analysis. Und eine Disruptor Flute. Oh, noch ein Foil Eldrassi. Nicht die geilsten Hits. Aber noch haben wir ein paar Booster, um nochmal richtig, richtig money aufzumachen. Okay. Hunger Tides. Mock Bob. Oh, ein Colosseum. Guter Reprint. Und nochmal ein Fetschland. Sehr schön. Dankeschön. Wurde Foothills. Und ein Master the Departed. Jo. Ich mache hier mal. Ich muss mal meinen Stapel umbauen. Dann kann man es und dann kann man es. Das nächste Mal, wo wir dieses Set größer spielen, wird in Amsterdam sein, auf der Pro-Tour. Da freue ich mich auch schon drauf. Wen sehe ich denn da von euch? Ich weiß, von Lokal hier ein paar, die kommen, aber so von der YouTube-Gemeinschaft wird mich auch freuen, wenn man ein paar sieht. Und wir haben eine unserer Preview-Karten. Guide of Souls. Sehr schön. Und ein cooles Duel dann als Foil. Das nehme ich gerne. MDFCs in Foil. Immer her damit. Die sind auf jeden Fall spielbar. Okay. Boros Ding. Sehr cool. Das brauche ich auch noch ein paar Mal. Ruby-Medaillen. Auch ein netter Reprint. Und noch mal ein Flair. Das weiße Flair. Das ist doch auch ziemlich cool. Vor allem für das Commander ist doch das cool. Draven Charm. Ist auch ziemlich, ziemlich gut, finde ich. Also im Limited hat er immer overperformed. Und die Modi sind alle okay. Ist leider außerhalb der Fullteilfarben. Und deswegen bin ich da echt nicht der Experte dafür. Aber da haben wir nochmal ein Flashcoatl. Die erste Bauble, die wir aufmachen. Das Display ist fast zu Ende. Und wir haben die erste Chase Uncoming aufgemacht. Die Bauble. Feld of Profane. Auch das erste. Super stark. Nightblade. Ist auch okay. Und ein Felia. Der kleine Corgi. Und wir haben ein Foil-Land. Ein Foil-Cycle-Land. Allerdings in Absahn. Idle of False Gods. Okay. MDFC. Decree of Justice. Und ein Nulldrifter. Der erste. Auch sehr coole Karte. Auf jeden Fall was. Und nochmal eine Müffig. Harrygast. Sehr schön. Den habe ich schon mal aufgemacht. Nicht in dem Display. Und ein Eventual. Als Foil. Leider kein Emrakul. Nicht die geilsten Müffigs. Kein Flipwalker. Removal. All. Sink. Ein Pearl-Medallion. Kann man machen. Und das neue Wheel. Das ist glaube ich Müll. Drei Booster haben wir noch, oder? Ne. Vier Booster haben wir noch. Da kann noch eine Voll-Grieve drin sein. Vor sie gebannt wird oder so. Okay. Breaker of Creation. Mindless Conscription. Vortex. Master. Junk Diver. Auch neue Modern. Und. Ja. Mit dem kann ich auch noch nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob das jemals gut wird. Zumindest nicht in den Decks, die ich spiele. Und Twisted Landscape nehme ich gerne in Foil. Das Chunt. Fetch. Evolving Wild Cycle Land. Das zusätzlich aber Colorless Mana macht. Das heißt, es ist wirklich ein gutes Land eigentlich. Und wir haben noch eine Müffig. Ocelot Bride. Da bin ich auch gespannt. Super coole Karte auf jeden Fall. Verein Mana macht die unendlich. Da bin ich gespannt, ob die sich durchsetzt. Zwei Booster noch, Freunde. Und dann schauen wir uns unsere Rares nochmal an. Okay, Defiler. One Power Stone. Auch cooler Reprint. Und nochmal einen Ocelot Bride. Ja, jetzt kein Imrak-Cool. Dafür zweimal dieselbe Mythic. Uh, und Snapping Void Crawl. Den nehme ich unten voll Forest. Letzter Booster. 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 Drone. Nochmal ein Levy. Ravager. Sapphire Medallion. Okay, da haben wir jetzt nochmal eins. Und das erste Land, gell? Das erste aus dem Land Cycle, das wir aufgemacht haben. Die Hensch. Hinten dran ist noch Müll. Yo, das war's. Wir haben... Ich weiß auf jeden Fall, was mein Hit war. Das zeige ich euch gleich. Zweimal Ocelot Bride ist ganz cool. Das Wild ist, glaube ich, Müll. Das ist noch eine Mythic. Zwei Flares haben wir aufgemacht. Wir haben cool Fetchlander aufgemacht. Wir haben Adjani. Wir haben einen Nadu. Den können wir auf jeden Fall brauchen. Wir haben leider das hier. Noch einen Krick. Den braucht auch keiner. Wir haben eine Flair. Wir haben Kozilek. Leider der miese Eldrasi. Nochmal ein Fetchland. Der Safekeeper und Foil ist schon auch cool. Und natürlich Necro Dominance. Wir haben den Eldrasi Commander. Der ist, glaube ich, auch ganz cool. Wir haben einen Frog. Nochmal Ding. Birthing Ritual. Stimmt, das habe ich vergessen. Im Extended Artwork. Flooded Strand. Und noch die Omo Queen. Da bin ich auch gespannt. Vielleicht baue ich da auch ein Commander drumherum. Und ein Harbinger. Yo. Display war, glaube ich, okay-isch. Und was ich bei dem Set besonders schön finde, wenn ihr auch die Casual-Formate auch spielt wie ich, dann sind hier halt jede Menge Länder drin, die ihr braucht. Ihr habt so kleine Dinge, die ihr wahrscheinlich auch in Modern oder Legacy sogar spielen werdet hier im Sideboard. Ich finde den hier super. Also da ist schon echt cooles Zeug dabei noch im Uncommon und Cummon Slot. Ich meine, das sieht halt auch echt sexy aus. Das Meltdown ist sehr cool. Also gibt es schlechtere Sets, um zu rippen. Schreibt mir gerne, was ihr von dem Set haltet. Ob ihr schon was Cooles gerippt habt. Schickt mir gerne Bilder auf Twitter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.